guten abend zusammen und herzlich willkommen zurück zu dem panzerspiel on the front line die ersten die erste mission hier wo wir zu dem punkt ein müssen haben wir gespielt die zweite mission haben wir auch gespielt das war hier die verstärkung wir gehen jetzt feind auf den bauernhof also mission 3 mal schauen was das für eine mission ist so hier stehen also tigerpanzer im dorf bis jetzt hier vier stück 1 2 3 4 eine hier drüben 2 da hier der also vier stück müssten sein 12 mädchen mehr 1 2 3 4 5 naja wie oft wollte das jetzt noch zeigen also jetzt kommen wir zu uns wo wir stehen dann müssen wir einfach nur so wie es ausschaut hier gerade doch ein weiterfahren oder wo sind wir auch leute kommen die panzer sind so langsam warum muss man jetzt da so weit fahren ist da auch wieder nur um spielen die länge zu ziehen ja dann geht der panzer nicht also sondern darf der feindlichen panzer entdeckt zerstören sie die feindlichen kräfte also wie gesagt ich glaube jetzt nur dass das auch nur die fünf panzer sind jetzt muss man eh noch mal schauen was war jetzt hier auf der taste p sind wir auf der karte wir sind hier das dorf ist hier dann fahren wir jetzt am besten hier vor vor nach links und dann wieder auf rechts ja denke ich jetzt dass das am besten wäre so wo fährst du da hinten hin kommen wir mit zu mir halt wir brauchen doch die kleine mini karte wo haben wir jetzt die herbekommen die kleine mini karte wäre natürlich nicht schlecht jetzt ist die frage welche taste war das jetzt wieder f g geht nicht wo ist die kleine mini karte ja wo ist denn jetzt mein dritter panzer wieder hingefahren ah jetzt ist sie da so hier sind feindliche einheiten wo sind die doch die sind ja gleich hier das ist aber nicht im dorf leute das ist aber nicht im dorf wo sind denn wir auf der karte jetzt also dann scheint also dass nämlich gegnerische einheiten noch irgendwo anders versteckt sind hier nicht nur im dorf muss man schauen dass wir den panzer hier kriegen so spiel dich ein haben wir zerstört sieht man der rote punkt ist weg der kommt hier durch die bäume hier durch der müsste irgendwo jetzt hier sein da bewegt sich nämlich ein baum komm schieß einfach mal drauf scheißegal das war ein treffer da hinten steht er hier ist er das ging jetzt leider auch daneben da vorne ist eine reparatur kit das sieht man hier auf der karte wie weit es jetzt weg ist weiß ich jetzt auch nicht komm 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 der panzer ist zerstört hier vorne liegt es da sieht man es die blaue kiste das ist natürlich die frage kommt hier noch jemand brauchen wir die kiste unbedingt jetzt für das dorf schon wir werden sie jetzt trotzdem mitnehmen wir werden sie jetzt trotzdem mal mitnehmen so wir müssen hier sowieso nach links fahren haben wir gesagt oder ja sind wir an der kreuzung ne nicht dass ich jetzt hier falsch lieg also wir sind hier vorgefahren ja das stimmt schon ach so hier vorne auf der karte sieht man es ist die straße wo nach rechts weg geht also wir sind auf jeden fall auf dem richtigen weg sind jetzt alle anderen zwei mit hier einer ist hier wo ist der andere wo ist denn der schon wieder ne wo bist du hier geht schon rein so da müssen wir aufpassen weil ich glaube nämlich noch der baumreihe hier war das dorf oder ah ne das dauert noch das hier dann können wir jetzt schön beruhigt hier durchfahren wenn ich mal wüsste wo mein zweiter Panzer ist also von meinen Einheiten der zweite Panzer so einer ist hier und wo ist der zweite oh die Gegnerinheiten werden schon angezeigt ah da sind sie schon kann ich hier drüber schießen schaut nicht so aus jetzt können wir nochmal nachladen vielleicht war die Kanone noch nicht richtig eingestellt das weiß man ja nie in dem Spiel ne das geht nicht fangen wir doch mal ein bisschen zurück so wo sind denn die anderen jetzt jetzt ist überhaupt keiner mehr da ah doch irgendwo schießt hier einer so Tiger kommen wir hier schön durch hey der schießt ja nicht tatsächlich jetzt kurz vor mir hier drüber da hinten kommt auch ein Tiger oh der ging glaube ich komplett daneben dann nehmen wir uns doch erstmal den hier vor ich glaube dass der uns gerade ins Visier nehmen kann das sein oh ein Treffer noch nicht sind wir zerstört komm laut nach ja wieviel Schuss brauchen denn diese Panzer laut nach so der erste ist zerstört eine eine ah da der zweite ist jetzt auch da na endlich der Panzer schiebt den anderen vor sich her oder sehe ich das jetzt falsch ne dahinten dahinter ist noch ein Tiger ja 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 ist auch wie das hier so ein Spielfehler im Spiel da gibt es ja wie gesagt mehrere der schiebt jetzt tatsächlich den Panzer hier vor sich und laut nach kommt dann der Kanone zu mir dreht schnell laut nach na das war jetzt knapp der ging daneben so jetzt haben wir die restlichen drei ich werde jetzt trotzdem denken dass wir nicht frontal da hin fahren sondern erstmal ein bisschen hier durch die Bäume hier durch so ist zwar natürlich jetzt ein scheiß Weg aber immer noch besser als frontal in die rein zu fahren so können wir weg von der Seite haben wir eine größere Sichtfeld oh die schießen schon so wann kommen wir denn hier vor dem Wald raus jetzt müssten wir sie eigentlich gleich haben hier vorne wenn wir ich würde jetzt mal sagen dass wir hier durchfahren komm bam geh von meinem Turm runter hopp ja jetzt kriegen wir schön frei Sichtfeld wo sind denn jetzt die Gegner die müssten auch irgendwo hier drin sein so hier sehe ich aber jetzt keinen die anderen zwei scheinen im Gefecht geblieben zu sein da vorne weiß ich nicht weil hier keiner nachkommt hier schlagen Granaten so jetzt müssten wir uns ja eigentlich gleich im Dorf nähern wenn wir nicht alles täuscht hier vorne schaut zumindest so aus wir können uns noch mal orientieren wo wir jetzt ungefähr sind ja hier vorne ist das Dorf schön vorsichtig es kann aber wirklich sein dass jetzt die Gegner auch hier in die Welt da reingefahren sind so wie das ausschaut wenn wir jetzt die Punkte vergleicht glaube ich nicht dass die noch im Dorf stehen na wo seid ihr also einer muss umge... ah ein Panzer haben sie zerstört so wie gesagt wenn sie mich zerstören dann kann ich nur hoffen dass der Ander noch volle Energie hat da hinten kommt er so kommen dort nach nicht dass der... ah das war knapp es ging leider vor mich eine halbe minuten müssen wir warten ich hoffe das schaffen wir kommen laut halt nach ah der lebt noch ah hier ist doch... der steht natürlich genau neben mir ja Mensch fahr doch mal woanders hin der zweite Tiger kommt auch schon ja der ist hier der hat auch daneben geschossen so lasse ich mir das eingehen Jungs da sieht man jetzt mal wie weit sich die Kanone wegdreht wenn man hier einen Panzer trifft ah jetzt haben wir nur noch einen jetzt müssten wir es aber eigentlich schon schaffen wenn der da hinten nicht so viel angeschlagen ist ist natürlich die Frage ist das der? nö der müsste irgendwo von hier raus kommen wer hat denn jetzt wieder geschossen wo ist dieser Tigerpanzer wir könnten es ja eigentlich auch so machen dass wir uns hinter denen kaputten hier verstecken da hat er schon mal kein so großes Trefferfeld von uns an ich sehe den jetzt aber hier auch nirgends so wo schießt denn du hin du siehst doch den gar nicht ah ich glaube der steht hier drin oder das müsste doch gewesen sein ja das ist er schon das war er auf jeden Fall so jetzt müsste er raus kommen naja hier hinten triffst du mich auf jeden Fall schon mal nicht jetzt lad nach dann gehen wir den letzten Stoß das waren doch jetzt alle fünf Missionen erfüllt und somit haben wir Mission 3 beendet die Karte zeigt demjenigen Punkt den Feind zu besuchen das ist schon die nächste Mission das ist auch ähm die schlimmste Mission mit den größten Fehler im Spiel also hier müssen wir wirklich aufpassen dafür mache ich auf jeden Fall eine neue Folge weil wenn ich nämlich die versau dann versau ich jetzt das ganze Video die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen zurück zum Menü ja